Herzlich Willkommen allen Freunde, zurück zu dem Morgenaus, zusammen mit Leon, Lexi, Fenrich, Elias, Föbe, Knut und Lukas. Wir haben immer noch, dass wir zwei Impostors haben und ja, mal gucken. Bevor ich gesehen konnte, als der Reaktor losgehen. Ja, sei mir klar, aber ich dachte so, Digga... Und Aaron ist auch dabei. Ja, ich bin auch. Dann ist auch der Postor dabei. Aaron hat auch ein Blumenkind. Okay, wir sind cool, mate. Sollen wir mal wieder jemanden verfolgen? Ich bin dafür, wir verfolgen heute Knut. Ich war bisher viermal, dreimal am Anfang und dann... Ich hoffe, er ist kein Mörder. Okay, ich gucke ihn an. Ich weiß gar nicht, wer Knut ist, ich kenne ihn nicht. Das ist das erste Mal, dass ich mit dem hier irgendwas mache. Alter, der hat mich. Ich weiß nicht, ich verdächtige ihn jetzt. Ich verdächtige ihn. Keine Ahnung, ich glaube, es ist Knut. Aber er ist weg. Er ist abgehauen. Ich weiß nicht, wohin. Da! Da ist er wieder. Hallo! Hallo! Hallo, komm. Mit jetzt hier. Äh, okay. Also, hey, ich bin nicht tot. Keine Angst, wie wir hier. Das können wir ändern. Wir haben ja jetzt nur noch die Chance des Votes hier. Also, nein, wo war ich? Ich bin elektrik reingelaufen und da lag dann Lukas oben rein. Äh, von daher kam Leon, möchte ich nur anmerken. Blau und weiß war bei mir, ähm... Ich war die ganze Zeit schon bei Knut. Ja, aber du kamst vorher erst nach Knut. Wir haben zusammen rumgelaufen und haben dann unten auf Aaron getroffen. Ich bin dann rechts zu den Schilden. Ich weiß es natürlich nicht, aber du warst eigentlich die ganze Zeit bei mir. So, hättest du mich erledigen können. Ja, du hast ganz recht die Sachen draussen. Ach stimmt, ja, der Name, ja. Ich hab nichts drauf geachtet. Scheiße. Ich hab einen anderen Pass gemacht. Äh, hab ich gesehen, oder? Ja, nächstes Mal hab ich es vor. Aber, Dessi, Dessi, hast du es gekriegt, dass ich safe war? Also, rechts da, die Werbung nicht bewegen. Aaron, hast du keine Ahnung? Eigentlich bin ich safe, weil Aaron gesehen hat, wie ich... Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Schilds kommt auf Dicht angeht, aber ich weiß nicht, ob Aaron das geht. Ja, Lexi, ich hab sie, glaub ich, bei Schilds gesehen, wenn Lexi war. Ja, ja, also bei Schilds. Ja, Schilds ist da unten rechts gegen. Ja, das ist aber schon ein bisschen länger her. Ich wollte das noch anmerken. Aber auch Schilds fliegen auch. Ich glaub, ich hab Schilds gemacht, plötzlich. Also, nee, ich wurde grad in der Woche. Also, Knut und Moritz waren links, äh... Wie glaub, war der, äh, Alter, Alter, Alter. Lernen mit mir zusammen. Also, ich würde auf Leon nicht hören, ne? Ich... Ich denke, er ist es. Was denn, Leon? Lexi, haben wir nicht grad geklärt, dass ich safe bin? Ja, eigentlich, was du willst. Ja, aber ich, was du willst. Ich weiß nicht, dass ich safe bin, wenn ich das gehe. Nein, ich meine ja nur, wenn Marco, ich und Aaron unten zusammen waren. Und Knut, Leon und Moritz... Ja, aber Leon kam erst später zu. Der, der kam von rechts. Aber ich war in die Büro-Team. Hab an der Film gerade geguckt. Ja, da ist Tobi, ne? Kamst nicht von unten rechts? Tobi, Herr, du standest bei mir in der Nähe. Ja, guck, du kamst von unten rechts, das reicht mir doch. Ja, ich war in der Nähe. Ich bin schon rumgelaufen hier, okay, okay? Ich bin dann nach rechts gegangen, aber bin dann wieder nach links gegangen. Nein, nein, ich war nie in Atmen. Raus mit ihm, er lügt schon wieder. Er ist das vierte Mal. Wer lügt denn? Wer lügt denn? Nein, 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 nein. Ich habe es lügt. Ja, Markus, ich war nicht in Atmen. Raus mit ihm. Ich weiß nicht, was ich jetzt gewotet habe. Man ist vermagten, er lügt. Er sagt, er ist vorgelegten. Alter, dann war es nicht. Ich habe euch verwechselt, okay? Sorry. Jetzt wotet ihr mich sogar nie, wenn ihr das gar nicht will. Ich musste irgendwas voten, dann habe ich euch nicht genommen. Also, ich bin safe, die sie an sich eigentlich auch. So, wir laufen wieder hinter Knot her. Ja, die Tür geht auch nicht auf. Bei da, don't hold you sheets. Oh, ich habe schon ein bisschen Wicht herbe, als ich in Elektrik schaue und der Tanker bescheuert, das heilige Magie. Das ist doch keine Ahnung. Es war nicht Tanker und es war nicht... Scheiße, wer war gerade alles in... Doch, Lexi, du war... Fuck, wer war gerade alles in Atmen drin? Ich habe gar nicht mitgezählt. Der Tanker war da. Ich bin... Der Tanker war bei mir, in Elektrik. Ich bin... Fuck, wer war... Wer war denn Atmen? Ich bin... Ich war da, aber ungefähr hinten zum Blumentop auf dem Kopf. Ach, hat Aron an Blut? Ne, Knudy war das. Ich war mit der Blut an. Es waren alle da, außer Lexi und Leon. Ja, okay. Wir hatten ja eben schon Lexi. Ja, okay, dann... Wir hatten ja eben schon. Ist es aber safe? Ist es Lexi sehr? Okay, dann bleibt ja nur noch der Tanker übrig. Der Tanker war bei mir, in Elektrik, wie auch gesagt. Tobi, Tobi, Tobi. Ja, Tobi. Tobi redet ganz schön viel hier. Tobi, was wünscht mir die zu? Tobi labert so eine Scheiße. Da ist so ein Fass war ich. Tobi spielt einfach Mario Party. Alter, ich weiß nicht. Ja, aber was ist das eigentlich? Hä? Mann, ist er aus? Warum ist es aus? Ohne Scheiß, mach das wieder an. Das kriegert übelst. Wie zu ich? Wie zu ich? Ach, man. Ich hasse Magnus. Immer nimmt er mich dabei. Immer nimmt er mich. Immer. Immer bin ich der Erste, der stirbt. Ich raste bald aus. Ich raste bald aus. Wir sind tot. Wir dürfen nicht drüber reden, wer es ist. Oh. Oh, sorry. Ich dachte, ich wäre gemutet. Fail. Warte, bin ich jetzt gemutet? Ja, ne? Doch. Ich glaube schon. Ach, Mann, Leute. Ich bin nach Hause. Vor allem, da steht hier die ganze Zeit AFK hier herum. Der ist einfach lost, der Junge. Der ist einfach lost. Steht da die ganze Zeit AFK hier rum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich streike. Hallo, ich dachte, wir hätten hier wieder Toilk-Power-Dingswurms. Ich würde nicht sagen, also ich schließe mich, Moritz, das war so absichtlich. Nee, nee, wirklich nicht. Ich habe so mit Knut geschrieben und dann habe ich auch immer das vorgelesen, was ich geschrieben habe. Ich mache mich jetzt ab, macht's gut. Okay. Es tut mir leid, aber ich habe den Namen zum Glück nicht gesagt. Mach mal der Einkler, ihr doch jetzt ist der Einkler und will die Scheiß-Lagen an, Alter. Ich bin auch am Arbeiten, wo das steht, denn hier. Hey Magnus, wolltest du mich eigentlich töten oder war es nur Zufall? Ja, bei den ganzen Haufen da. Achso, nee, das war Zufall. Ja, hoffe ich für dich. Ich glaube, du würdest mich nicht in den Settings, was du willst. Ich habe das ausgemacht, Stab. Ich habe da so zehn Leute. Na, was soll's, haben wir jetzt zwei, wir gucken mal, wie es geht. Wenn nicht, machen wir gleich noch einen Weg. Ach, weil, du hast deine Poste, ja, okay. Ja, wenn es zu leicht wird, machen wir den neuen Lobby. Oh, ich bin ein Impostor. Sehr schön. So, wir gehen als erstes nach hier oben. Ich kann eigentlich einfach mal im Reservation-Spiel, ich weiß nicht, was ich machen muss. In den Möntelzeugen. Kein Ding, knapp. Warte, eigentlich nur, bis er da fertig ist. Oh, der lässt sich. Geht dann nicht weg. Drei, zwei, eins, null. Ich stelle mich erstmal hier hin. So, und dann gehe ich mal woanders hin. Ich gehe mal hinten. Hin. Sieh jemand? Komm, irgendjemand. Irgendjemand als Zeuge. Ist ja niemand. Was ist das denn? Oh, hier. Ich habe rechts oben, bin ich gemutet? Ne. Ich habe rechts oben, äh, bei diesem Meteor-Abschieß-Dings-Wirms-Ne Leiche gefunden. Fährig, oder? Äh, weiß ich jetzt nicht. Ja, brauchen wir. Okay. Also, ich hab keine einzige Person gesehen. Ich war ziemlich lange mit Lexi und Markus, glaube ich, zusammen. Ja, ja. Ja, okay. Ich hab keine einzige Person gesehen. Also, ich war auch unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie war das Markus? Mit irgendeinem hab ich mich in Elektrik getroffen. Ich war auch im Elektrik getroffen, da hab ich Leon gesehen. Ja, 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 aber stimmt, wir waren beide in Elektrik. Und dann bin ich da so links lang gelaufen, in die Cafeteria. Und dann hol ich grad was. Du bist links lang gelaufen. Mhm, übern Reaktor. Lexi, hast du ihn irgendwann gesehen? Ja, doch, doch. Nee, nee. Kann vielleicht Knut noch was sagen? Ich hab keinen gesehen. Ach so, okay. Ich hab Aaron gefragt, wie das Navigation-Ding da ging und dann hab ich auch kein mehr gesehen. Und für wen hat Aaron jetzt gevootet? Ja, aber du. Gute Idee. Good man. Du bist schuldig. Vertraut mir. Punkt 6, Leute. Die Chance ist 1 zu 3. Also, passt schon. Du kannst rausvoten. Na, dann Aaron? Die Chance ist nämlich in Kauf. Ja. Echt jetzt? Wir sehen immer noch, wir sehen immer noch nicht, ob er jetzt in Posto war, ne? Ah mies. Ich glaub, er war einer. Ich vertraue Aaron da. Ja. Das tut mir irgendwie leid. Banti, der spielt echt interaktiv und hat sehr viel Spaß gefunden. Ey, die Pfote dürfen nicht reden. Nein. Wait, what? Es war mir nahezu klar, dass... Hah, wieso ich? Hä? Wie oft kann ich mal ein Posto werden, Alter? Also, ich muss schon sagen... Ja, du musst dir so vorstellen, die sammeln immer das von uns ein. Also, hat irgendwie.. ... der hat mich natürlich angekühlt. Also, hier hat jemand mit dir mit Alexi gefühlt. Also, das kann ich jetzt nicht mehr, falls du bien alles lieb'n mir alles? Ja, mag ich mir auch mal ein Posto werden? Weil Lexi war irgendwie so... Also, hat das eigentlich mal mal... Markus, Markus, hast du das grade gesagt? So, warte mal. So, warte mal. Soll ich ne neue Lobby aufmachen mit nur einem Posto? Ja, und vielleicht die andere Map, die zweite oder so.